...hinder unterweisend, oft eine Menge lernen können. ...taufig Daniel, Bahn 1 in Saar, also wirklich zwei sehr sympathische Kerle. Und dann die zwei, Danny und Rico Biedeck in Gold und große Medaillengewinner bei den Special Olympics. Also bei den Bändspielen für Menschen mit geistiger und einfach sympathischer Menschen aus Frankfurt. Mein Bahn 1. Joaamann!